Der Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen ist beschlossene Sache. Jetzt darf niemand die beleidigte Leverwurst spielen. Die Ampel sagt, wir zielen bis drei. Drei! Dann ist Corona bestimmt vorbei. Beschränkungen wollen wir nicht mehr sehen, auch wenn die Inzidenzen durch die Decke gehen. Guck, wie die Ampel die Maßnahmen streicht. Die Maskenpflicht wird jetzt aufgereicht. Dies ist das Team Blindflug. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Nö. Vorsicht ist nicht mehr ihr Bier. Planlos geht es ab hier. Die FDP, die feiert jetzt. Sie hat sich wieder mal durchgesetzt. Die Länder fragen, was soll der Scheiß? Ihr begebt euch auf dünnes Eis. Warum habt ihr uns nicht gefragt und das Ding immer leidend durchgejagt? Das Verfahren ist unsäglich. Das Verfahren ist unsäglich. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Nein. Vorsicht ist nicht mehr ihr Bier. Im Herbst geht es wieder ab hier. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können sie nicht schockern. Der Freedom Day kommt bestimmt, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Das mit der Glocke. Du weamps. Du weißt. Der Rom planting sichem uppsen. Das mit dem B0 machen muss. Und bei den B0 machen muss��요 K私 ist das mit der Glocke. dass der Glocke efficient wird. Aber das ist einer Frühkrankung. Und bei denen die hole voll datos sind. Oder für mich Claße findest. Oder für mich? Da bin ich nicht. Oder für das Haustmesi. Und an für diese Terme,